Der gottgeweihte Simeon der Säulensteher vom wunderbaren Berg Dieser wundervolle Heilige wurde in Antiochia im Jahr 522 während der Herrschaft des Kaisers Justin des Älteren geboren. Sein Vater kam in einem Erdbeben um, und er blieb allein mit seiner Mutter Martha. Im Alter von sechs Jahren zog er sich in die Wildnis zurück zu einem geistlichen Vater namens Johannes, unter dessen Führung er sich zum Erstaunen aller, die ihn sahen, einer Lebensweise strengsten Fastens und von Gebet erfüllter Askese widmete. Er erduldete schreckliche dämonische Versuchungen und empfing großen Trost und Gnade vom Herrn und seinen Engeln. Der Herr erschien ihm in Gestalt eines schönen Jünglings. Nach dieser Vision brannte eine große Liebe zu Christus in Simeons Herz. Er verbrachte viele Jahre auf einer Säule im Gebet zu Gott und Psalmen gesang. Unter Gottes Führung zog er sich auf einen Berg zurück, der vom Herrn selbst wunderbar genannt wurde. Wunderbar, weil dort so viele Wunder geschehen sind durch Simeon. Daher erhielt Simeon den Beinamen Mann vom wunderbaren Berg. Aufgrund seiner Liebe zu Gott wurden ihm seltene Charismen gewährt, durch die er alle Krankheiten heilen, wilde Tiere zähmen, hellsichtig in ferne Teile der Welt und in die Herzen der Menschen schauen konnte. Er verließ seinen Leib, er schaute die Himmel und unterhielt sich mit Engeln, jagte Dämonen Furcht ein und trieb sie aus, prophezeite und zeitweilig lebte er dreißig Tage ohne Schlaf und sogar noch länger ohne Nahrung. Er empfing Speise aus der Hand der Engel. Die Worte des Herrn erfüllten sich vollständig in ihm. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich tue, auch vollbringen und noch größere Werke wird er tun. Diese Worte des Herrn erfüllten sich vollständig in ihm. Im Jahr unseres Herrn 596 und im 75. Jahr seines Lebens trat der heilige Sieme und vor den Herrn, auf dass er sich zusammen mit den Engeln am Anblick des Angesichts des Herrn erfreue. Lobes Hymne Der Gott geweihte Sieme und der Säulensteher Ehre sei dem wundervollen Sieme und vom wunderbaren Berge. Ein Lobpreis war er dem Allerhöchsten Schöpfer. Durch Gebet, Fasten und Nachtwachen wurde er zum Heiligen mit machtvollen Gaben. Mit wundervollen Gaben der Gnade Gottes. Mit Gnade entlohnte der Herr seine Mühen. Die Krankheiten heilte und Dämonen vertrieb. Durch die Gnade er wahrheitsgemäß jedes Werk beurteilte. Und die Geheimnisse des Himmels und der Menschen erkannte. Von seinen Kindesjahren an bis ins Alter war er ein schönes und duftendes Opfer. Sein Herz war der Altar des lebendigen Gottes. Für den allheiligen Geist ein leuchtender Opferaltar. Zu den höchsten Sphären erhob er seinen Geist mit Kraft, wo alle Dinge des Glaubens den Augen sichtbar sind. Und auf das Gute war sein Wille gerichtet, mächtig gestärkt in Gottes Gesetz. Was sind alle Reichtümer? Alle Königreiche? Was sind sie? Wie ein schneller Funken glühen sie auf und verlöschen. Verglichen mit einem heiligen Mann, sogar die ganze Welt, was ist sie? Die Welt verändert sich, verdirbt, doch der Heilige bleibt. Wenn sie keinen Heiligen hervorbringt, ist sie ein Feigenbaum ohne Frucht und Wert, ein toter, unfruchtbarer Baum. Ehre sei dem wundervollen Simeon vom wunderbaren Berge. Ein Lobpreis war er der Schöpfung und dem Schöpfer. Betrachtung Für den Reinen sind alle Dinge rein, sagt der Apostel Paulus. Titusbrief 1,15 Die Nahrung, die der Mensch zu sich nimmt, kann nicht als unrein an sich angesehen werden, obwohl einige Nahrungsmittel unreine Gedanken und Begierden im Menschen erwecken können. Der wunderbare Simeon, der Stilit, denkt über ein Gespräch mit seinem geistlichen Vater Johannes nach. Der Altvater sagte, Der Mensch kann Speise oder Trank nicht unrein machen, denn der Herr sprach in der Schrift, Alles übergebe ich euch wie die grünen Pflanzen. Genesis 9,3 Der heilige Simeon antwortet, Obwohl die Nahrung den Menschen nicht unrein machen kann, kann sie doch unreine Gedanken in ihm verursachen und den Geist verdunkeln. Sie kann ein Nährboden für die Leidenschaften des Fleisches sein und sie wachsen lassen. Auf diese Weise verwandelt sie einen geistigen Menschen in einen fleischlichen und wendet seine Gedanken irdischen Begierden zu. Ist nicht das Wasser, das aus einer Wolke fällt, rein? Doch, wenn zu viele Tropfen fallen, dann verdirbt das Getreide. Ebenso kann üppige Nahrung das Verderben des geistigen und sittlichen Wesens des Menschen mit sich bringen. Amen. Vielen Dank.